Buuuu! 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 Sehr geehrter Dr. Schuster, liebe anwesenden Damen und Herren, liebe Fans von voller Musik, von Tanz und Performance, liebe ihr alle, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer an diesem wunderbaren 20. Buuuu! Buuuu! Es ist mir eine große Freude und eine große Ehre, euch begrüßen zu dürfen. Die vielen Künstler und Künstlerinnen, die heute hierher gekommen sind, nach Frankfurt, aus Berlin, aus Bayern, aus Dortmund, aus Gelsenkirchen, aus Essen, aus Hamburg, aus Köln, aus Düsseldorf, aus Hamburg, aus Saarbrücken, aus Stuttgart und aus Frankfurt. Buuuu! Sagen wir herzlich willkommen! Buuuu! 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 von eurer Kraft, von eurem Mut, von eurer Weltoffenheit, von eurer Freiheitsliebe und von eurer Lebenslust. Und ich bin überzeugt, dass der Juro-Wissen ein wunderbares Fest ist, hier an diesem Ort, an einem Ort mit einer unendlich bedrückenden Geschichte. Und jetzt freue ich mich, ich freue mich auf euch, weil ich bekennender Juro-Wissen-Song-Contest-Fan bin, weil ich Fan bin von Netto, Fan bin von Dada International, manche werden sich erinnern. Gut! Wir sind kein Fan von Ihnen! Ich bin... Das ist Demokratie! Und ich nehme die Angelegenheit, weil wir eine starke und eine bunte und eine mutige Demokratie sind. Don't stop believing! Don't stop believing! Das war ja mal ein legendärer Rockstone aus den 80er Jahren. Aber vor allem sagt er, gib niemals auf, verwirkliche alle deine Träume. Oder wie eine andere Band mal gesagt hat, der Traum ist aus, aber ich werde alles, alles geben, dass er Wirklichkeit wird. Und deswegen, glaubt an euch, glaubt an euch, glaubt an dich, dass du etwas kannst, glaubt an dein Talent. Und heute werden wir genau diese Talente auf der Bühne sehen. Und deswegen schon mal... Rüttter von der Bühne! ...12 Punkte für alle, die hier mitmachen. Rüttter von der Bühne!